Jo Leute, servus. Ich guck mir grad Bilder auf meiner Gameboy Kamera an. Die ist zwar nicht geeignet für den Gameboy Advance SP, aber mein Gameboy, von meinem Gameboy Color hab ich leider keine Batterie. Und der Beat ist viel zu laut. So und deshalb dachte ich wir gucken uns jetzt einfach mal zusammen ein paar Bilder an, die noch drauf sind. Mal schauen, mal schauen. Ah hier, das sind zum Beispiel Anna und Robin. Moment, hier gibt es so ein Schalterchen, den kann man mal umstellen. Moment. Das bin ich, wo ich noch längere Haare hatte. Da habe ich mich verändert. Ja, so sah ich mal aus. Jo, und ihr wundert euch auch sicherlich über meinen Greenscreen, den ich hier stehen hab. Tja, zusammen mit dem hier gibt es demnächst auf Ferroles Arm noch ein Video. Freut euch drauf. Ich würde sagen, rausgepübelt.